da ist schon Party und hier oben so eine nette Ecke obwohl ich Wüste nicht so mag und fliegender Sand das wäre mir schon wieder verdächtig ja aber mal öfters lachen lachen üben kann man sich locker machen die Dinge nicht so eng sehen ich glaube dann das funktioniert alles nur mit Humor das klingt so altbacken aber Witz klingt so richtig albern kein besseres Wort Comedy 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 ist auch so schon verraten und verkauft aber ich glaube Humor ist da stärker als Liebe ganz ehrlich Liebe vergeht Humor bleibt könnt mich zitieren sagt euch euer Priester des der guten Laune ich bin hier der größte von was auch immer darf man ja darf man ja sagt ja jeder heute und der Witz ist jeder glaubt verkauft sich am besten sollte ich auch mache ich bin der größte Let's Player Europas und wenn das wirklich irgendwann so wäre hätte ich echt Angst ich glaube dann trete ich ab und sage ich ich gehe tschüss wo ist die Tür und dann sagen die Leute nee und dann habe ich dann machen die dann ist der Witz auf meine Kosten dann ist das richtig scheiße oh je ja ich denke schon wieder daran viele Zuschauer zu haben nein eigentlich bedeutet das nur keine Ahnung jede Menge Ärger also sorge ich damit dass ich so ein Schwachsinn rede dafür dass nicht jeder hier zuguckt dass die Kinder denken was ist das denn für ein Opa was redet der denn schon wieder vom Krieg genau geh weg geh deswegen sind alte Leute manchmal auch so kribitzig die hassen euch Punkt die wollen euch nicht kapiert ihr das nicht geht einfach manchmal kann es so einfach sein da sind die dann auch in der Politik und online dann eine zähne jetzt geht sie dann andere Richtung es wird wieder wer im Kopf ist okay ist ja mein Ding hier ihr könnt ihr auch was sinnvolles zu beitragen und kommentar schreiben aber ich bin ja froh dass ihr euch da nicht traut manchmal manchmal auch nicht aber guck der da dann jetzt ein paar aha ach guck mal richtig kies hier nee oder das ist auch ein neues biom hier so ein stein biom also richtige hohe hügellandschaft hat eine sandburg das ist ein dorf nein müssen wir die bahn auch noch hier bau ich die bahn aber nicht hin weiß wie viel schienen das dann sind wie weit wir jetzt weg sind das ja jetzt schon die hölle an wüsten da habe ich noch nie gefunden also in meiner ganzen minecraft karriere oder aber die sehen neu aus in den roten stein das ist ja toll geworden blündern ja ich bin weit in den die wüste gekommen um euch zu plündern das wird sich nie ändern das ist eigentlich gemein oder was habt ihr denn so zu verkaufen ich kann kein ein muss ich kann nicht mit dir reden oder muss ich eine hand frei haben warte mal hier willst du ein wasser oder ein knochen bei ihren alten lederstiefel kann ich noch mal mit euch reden tschuldigung nein jetzt ist der sauer wie rede ich denn mit die oder kann ich mit dem nicht reden aber ich darf ja nicht kaputt hat die haben eine katze hier ich will die katze haben katze schwarze katze hallo nicht absaufen machen die schöne geräusche wieso kann ich mit euch nicht reden und hier die haben noch mehr katzen ja hier das sind wie die ägypten hat man schon mal das thema ja und eine glocke was soll die glocke ja der eine ist jetzt sauer ich konnte ja auch retten dem jetzt hinterher lustig hier schön und die haben so viele katzen ja weiß ich ja wo ich meine katzen herkriege hier aus der wüste muss man merken das ist hier die ecke wüste nahe dschungel und weiß der rostig hammer 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 aber ich kann mit denen nicht handeln oder warum nicht oder müssen sie sagen da es gibt jetzt mehrere typen von von villagern ich will die katze haben ist ja der hammer hier so ok kurze pause meine faszination soll euch ja nicht langweilen aber ich glaube deswegen guckt man manchmal auch zu ne ich also ich ist interessant das was wo ich mal dachte oder wenn wenn die leute dann gesagt haben auch das findet die bestimmt langweilig fand ich immer am interessantesten deswegen sind glaube ich reaction videos auch so toll aber egal war man da echte reaktion also naja teilweise sind die ja nicht mehr so ganz echt soll mir ja sein ist nicht das thema jetzt ich mal kurz pause ich habe nämlich hunger später so stehen wir hier kann ich keine katze in die tasche packen aber ich würde gerne mal in die häuser gucken und den wird hat man die ausräubern die haben doch manchmal auch diamanten und so ein zeug und mit handeln naja gut das finden wir dann später was wir kommen ja wieder ach interessant so sehen die türen aus dann nehmen wir noch mal ein paar mit und da kommt ein creeper ich glaube takt hat er sich hier dran verletzt oder nehmen ein bogen ist so stark dass ich die mit einem schuss dann kriegt man kein schaden okay heuballen heute haben wir alles hier jetzt hänge ich hier fest na schönen dank auch du hängst da unten auch fest komm doch raus da was macht ihr da unten ich frag nicht geht mir auch nichts an wo ist denn hier euer schatz das gibt's nicht bin ich abgestiegen und es ist wieder verschwunden ey nee wieso verschwinden die pferde hier steht ein bett oh man das mit den pferden geht mir um den sack ganz ehrlich auf dem halben weg hier ach und smaragde hier warte mal kriegst du eine kaputte schere nimm mal mit oh brötchen ach komm hier die schuhe brauche ich doch nicht lecker brötchen für unterwegs war schön mit euch oh hier ist jetzt in jedem turm so eine kiste drin aber ich höre mein pferd noch weißt du ist das nach unten gespawnt oder was passiert da interessiert mich jetzt darunter ist ein hohlraum ist hier jetzt mein pferd kannst du nicht machen ich weiß dass du nichts machst wo ist das wo ist mein pferd wo habt ihr mein ach du schon was denn hier bei euch los hier ich höre es jetzt ja ja hör mal vor ich würde das jetzt hier im schwierig spiel ja voll weh ist mir aber egal ich will mein pferd finden was die schaufel oh je oh je oh je was ne idee das war nicht gut jetzt hier rein zu gehen aber ich will wissen wo mein pferd ist hier ist gar nichts gar nichts ist hier toll wo habt ihr mein pferd ich höre es ja dann auch noch immer ihr sollt hier nicht runter seid ihr blöde naja helft mal mit hier suchen hier kriegt er noch ein billiges wasser naja sandstein kommt man ja 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 das bauen wir alle später ab aber mein pferd habe ich hier verloren das muss doch irgendwo hin plöpfen und dass ich es dann noch höre hey wie viele pferde soll ich denn hier verlieren was soll denn das oder kann ich das irgendwie dahin spawnen oder wenn ich dem namen gebe oh die kann ich ja alle ausräumen finde ich ja sehr grandios oh ja ah ne für katzen was brauchen wir katzen kein knochen knochen brauchen wir für runde komm hier alte koteläcke lege ich euch hier rein weizen kann ich mal gebrauchen grün ne guck mal jetzt was dann wo ist das pferd kann ich mir halt nicht anzeigen lassen oder ist das hier in die höhle verschwunden oder so oh direkten zugang zu einer höhle hier das ist ja geil einfach mal rein maschinen ach du schande und das verzweigt sich so oje 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 o Ist auch egal. Gehen wir irgendwann mal hin. Ich will jetzt hier gar nicht rein. Stell ich mir ein Schild auf. Falls. Ja, ins Dorf komme ich ja nochmal zurück. Ich habe auch einen Weg zur Miene gemacht. Interessant. Zu. Mina. Mina. Machen. Kommt das hier jetzt so Mina aufmachen. Und dann Pfeilen nach oben. Warte mal. Ne, machen wir einfach. Mina. So, und dann gibt es hier. Dann kann man ein I nehmen. Ein I. So, und dann Pfeil nach oben. Äh, Pfeil nach oben geht besser, ne? So. Mein Pferd hätte ich jetzt gern. Bitte wieder. Jetzt haben wir das gefressen. Ey, ich laufe doch jetzt hier nicht. Und ich mache mir doch nicht... Das finde ich nicht in Ordnung. Was ist das für ein Pack? Was kann ich dagegen tun? Ich höre es aber auch nicht mehr. Ich höre gar nichts. Tag. Ich habe gerade kurz mal nachgelesen. Das mit den Pferden ist ein Bug. Den hatte ich noch nie. Der scheint aber schon seit Ewigkeiten zu existieren. Und man sollte sich ein- und ausloggen. Habe ich mal probiert. Und nix da. Pferd weg. Das ist wohl, wenn man weitere Strecken reitet oder so, dann verschwinden die, wenn man absteigt. Toll. Schönen Dank auch. Für nix. Vielleicht jetzt nicht in Ordnung. Naja. Aber wir haben Katzen gefunden. Das ist ja schon was. Laufen wir zurück. Wir müssen eh... Dann nehmen wir hier noch... Gucken wir, was wir hier noch finden. Aber viele haben die auch nicht. Oder ist in jedem aus jetzt was drin? Ja, das ist ja... Ja, oh. Ach so. Aha. Warte. Wer wohnt so? Was ist das? Was ist das? I. Sollen wir mal ein. Knochen. Ich will ja noch wissen, was das ist. Meeresgurke? Was ist das? Ach, das ist, glaube ich, roter Sand, ne? Warte mal. Ja, schaufel, schaufel. Auch nicht. Was denn? Was ist das denn? Nee. Das. Keramik. Keramik. Meeresgurken, die auf... Meeresgurken? Ich merke, ich hab... Alter Schwede, ich dachte die Jahre so, ja, die haben nur so ein bisschen ein paar Sachen, die, die hätten ja nicht so viel zu dem Spiel und jetzt bist du hier aber auf Meeresgurken. Wat? Geht mit euch. Und Hasen. Ich will den Hasen haben. Oh, und das Fell. Gib mir das Fell. Was helfe ich denn dafür raus? Die Schnitzel ist ja so schade. Kann ich irgendwas wegwerfen? Wat? Das Wasser. Und mit wem von euch kann ich handeln? Ohne. Jetzt nickt er den Kopf. Die sind jetzt sauer, oder? Willst du was zu essen haben? Hier, nimm Kürbiskuchen. Auch nicht. Ich dachte, man könnte den Essen zuwerfen. Hallo. Hallo. Nimm den nicht. Ah, nee, man musste den Brot zuwerfen. Junge, dann poppen die. Angeblich. Nimm den aber nicht. Der will nicht. Was ist mit dem kaputt? Die Glücke kann ich dir bringen. Hallo. Hallo. Ich hab eine Frage an Ihnen. Hallo. 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 Der Joke macht, den Joke macht wahrscheinlich jeder. Jetzt rennen die weg. Warum? Was ist, was ist kaputt mit euch? Ja. Nee. Doch, er hat's genommen. Nee, ich hab's genommen. Oder? Keine Ahnung. Jetzt guckt er mich so verliebt an. Nee, ich weiß auch nicht, ob das alles so gut ist hier. Nimm mir noch ein paar Brötchen mit. Hat ja nichts gekostet. Toter Busch. Was will ich mit dem toten Busch? Aha, aha. Ja, 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 ja. Nee, wer nicht mit mir reden will, muss... Ich mache nix. Muss fühlen. Gurken. Hey, ich find die... Ich find's irgendwie... Ich möchte nicht wissen, was sie mitmachen. Ne? Eure Fantasie. Eure dreckige, ganz dreckige Fantasie. Toll. Ja, musst du mal gießen, dann... Aber jetzt kann ich ja jedes Haus... Ich werd hier alles abbauen. Und dann werde ich, werde ich, werde ich, werde ich... Was weiß ich, was ich werde. Ich will die aber auch nicht kaputt haben. Das ist ja auch so billig. Das ist so billig. Keramik. Keramik macht man mit Ton, ne? Ich frag nicht. Also, zack, zack. Tonklumpen. Genau, Ton sammeln. Da müssten die ja eigentlich ganz viel Ton im... Im Meer hier haben, ne? Ist das so? Katzen. Oh, hier gibt's Katzen. Ja. Da wird mein Herz direkt weich. Katze. Wenn sie was können, dann... Ja, jetzt mein Pferd weg. Ach so, sehr gut. Das Thema ist jetzt auch langsam durch. Ich will kein Pferd mehr. Türkises Bett. Interessant. Nein, wohl auch vorhin. Mach Richtung zurück. Hier einfach hoch und dann so einen Bogen schlagen. Gucken, was ist da dann... Ich wollte ja eigentlich... Ganz wichtig... Na, wie heißt das? Gegrubbt, so wie man die... Das Gestell, das Dings da baut. Ihr wisst schon. Bambus, ne, da, äh... Bambi, doch, Bambi war das. Den muss ich finden. Aber wächst der nicht im Dschungel? Den Dschungel hatten wir noch da vorne. Ich will jetzt wieder ein Pferd haben. Kann ich ein Pferd spawnen? Weiß, was, das machen wir eben. Also... Ich finde das... Ich finde das gemein. Was werfen wir jetzt raus? Mann, ich hätte ja auch vorher mal aufräumen können hier. Die rosa Blumen, oder? Oh, keine Ahnung. Das kann mich nicht entscheiden. Doch, hier, Keramik kann ich rauswerfen. So, und jetzt machen wir mal... Äh... GIF... Wie? Ach, mit TAB ging das? Oh, Mann, ich habe die Taste gesucht. Äh... Äh... Wie heißt denn das? Spawn-Eck, ne? Spawn... Nee, oder, 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 oder... Horse... Oh, Spawn-Eck. Ah ja, wunderbar. Pling! Ja, ha! Ausdamm-Sweise. Machen wir halt so. Und jetzt machen wir... Biff... Mier... Sä... Sä... One. Und jetzt muss ich... Jetzt habe ich was gesehen. Hier die Taste dran. So. Wir müssen ja jetzt mit der einfachen Hand da dran. Achso, wir müssen mit der einfachen Hand... Wir müssen mit... Muss man die Hand frei haben? Ihr wollt mich doch... Oh, wei, 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 wei. Hier kommen mir die Blumen. Will ich rosa? Will ich nicht. Kann ich hier nicht mal hinstellen. Komm, hier. So. Oh, da hinten ist ein Tempel. Ein Tempel. Ja, ja. Stell dich so an. Die anderen sind auch wieder... Die sind... Achso, angeblich sind die ja nicht tot. Die sind dann zurückgespawnt. Vielleicht finde ich ja dann meine Tiere irgendwann wieder. Hast du dich jetzt? Kriegst du dich jetzt? Oh. Er ist ein Wilder. Er ist ein Wilder. Ja, komm jetzt. Wie er sich aber dreht so. Nein, nein. Ich will nicht. Nee, 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 nee. Ich will nicht. Ich will nicht.